Carmen Geiss schockt Fans, so ernst stand es wirklich um sie Ausrufezeichen.Österreich Monaco, während der Dreharbeiten zu die Geissens haute es neulich Carmen Geiss, 59, aus den Latschen. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus hat sie dramatische Details rund um ihre Erkrankung verraten. Mit einem sorgenvollen Foto und besorgniserregenden Worten meldete sich die Frau von Selfmade Millionär Robert Geiss, 60, zuletzt bei ihren Anhängern. Ausschlaggebend für die überraschende Notsituation war demnach eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Jetzt kommt aber raus, es war offenbar deutlich schlimmer als bisher bekannt. Zuerst dachte die Kölnerin nämlich nur an eine harmlose Magendarminfektion, die sich schon wieder von ganz allein verabschieden würde, gab sie gegenüber RTL zu. Spätestens aber in dem Moment, als die Zweifachmama weder in der Lage war zu gehen noch zu sprechen, sei der Groschen gefallen. Da habe ich mir gesagt, okay, ich gehe dann doch mal ins Krankenhaus. Carmen Geiss hat striktes Alkoholverbot. In einer Wiener Klinik wurde Carmen schließlich auf Herz und Nieren geprüft, regelrecht auf den Kopf gestellt. Die endgültige Diagnose traf die Wahl Monegasser und ihre Familie aber doch ins Mark. Also ich muss sagen, als ich die Diagnose Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen habe, waren wir natürlich alle geschockt. Punkt Haufenweise Medikamente, Infusionen und Antibiotika sorgten schließlich für eine Verbesserung ihres zunächst bescheidenen Zustands. Inzwischen ist die 59-Jährige nach vier Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden, inklusive wichtiger ärztlicher Handlungsempfehlungen für die kommenden Wochen. Ich brauche jetzt zwei bis drei Wochen einer Art D-Docs. Ich muss aufpassen, was ich esse, darf keinen Alkohol trinken und sollte Stress vermeiden. Punkt für Ruhe und Klarheit soll ein Blutbild in der kommenden Woche sorgen. Dann will Carmen das leidige Thema ein für alle Mal hinter sich lassen. Für ihre Familie und sie sei die Diagnose Bauchspeicheldrüsenentzündung ein Schock gewesen. Wie der Kurier berichtete, musste Carmen Geis, 59, bekannt aus dem RTL-Reality-TV-Format die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie Dreharbeiten in Österreich abbrechen und dem Krankenhaus der barmherzigen Brüder in Wien behandelt werden. Mittlerweile konnte sie das Spital wieder verlassen und befindet sich in ihrer Heimat Monaco. Punkt Zuerst habe sie gedacht, sie leide an einer gewöhnlichen Magen- und Darminfektion und das geht schon weg, berichtet sie in einem RTL-Interview. Punkt Aber als es am nächsten Tag noch genauso schlimm war, oder schlimmer wurde, und ich gar nicht mehr in der Lage war zu gehen oder sprechen zu können, habe ich mir gesagt, okay, ich gehe dann doch mal ins Krankenhaus. Punkt Sie bekam dort viele Infusionen, Medikamente und muss auch jetzt noch ein Antibiotikum einnehmen, wie sie erzählt. Nun würde es ihr aber wieder gut gehen. Jetzt brauche ich noch die nächsten zwei bis drei Wochen eine Art Dietox, also muss aufpassen, was ich esse, darf keinen Alkohol trinken und sollte Stress vermeiden. Dann müsste ich wieder die Alte sein.